Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs macht dich auf eine Welle von Erinnerungen aus deiner Vergangenheit gefasst, die heute wieder auftauchen könnten. Auch wenn du dich vielleicht fragst, warum diese Erinnerungen auftauchen, signalisieren sie wahrscheinlich, dass du dich von altem emotionalen Ballast befreist, der deinen Fortschritt behindert hat. Im Laufe des Tages wirst du wahrscheinlich einen Schub an Fokus, Entschlossenheit und Bereitschaft spüren, verschiedene Herausforderungen anzugehen. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um neue Projekte in Angriff zu nehmen oder noch nicht abgeschlossene Aufgaben aus der Vergangenheit zu erledigen. Die intensiven Gefühle, die du in letzter Zeit aufgestaut hast, könnten heute ihren Höhepunkt erreichen. Wenn du dich von dieser erhöhten emotionalen Energie anstecken lässt, nimm dir einen Moment Zeit, um deine tiefgründigen Gedanken für die Zukunft festzuhalten. Wenn sich diese verstärkten Gefühle jedoch überwältigend anfühlen, tröste dich mit der Tatsache, dass viele andere auch mit den Auswirkungen dieser emotionalen Strömungen zu kämpfen haben. Entspanne dich körperlich, um die Anspannung abzubauen, sei es durch ein belebendes Workout oder einen Flottenlauf, nachdem du deine Arbeitspflichten erfüllt hast. Bei der Bewältigung der Ereignisse des Tages wirst du vielleicht auf Frustrationen stoßen, die deine Geduld auf die Probe stellen. Denke daran, dass du zwar nicht immer die Macht hast, eine Situation zu ändern, aber du kannst deine Reaktionen darauf kontrollieren. Auch wenn die Umstände unverändert bleiben, kann ein Wechsel der Perspektive dein emotionales Erleben erheblich beeinflussen. Wenn du heute noch nicht vorhast, Zeit mit einem geliebten Menschen zu Hause zu verbringen, solltest du das tun. Die Ausrichtung der Planeten deutet darauf hin, dass ein wichtiger Durchbruch in deiner Beziehung in greifbarer Nähe ist. Ergreife diese Gelegenheit, aber halte dich nicht zurück. Wenn du dazu neigst, zurückhaltend zu sein, ist jetzt die Zeit, offen und ehrlich zu sein. Wenn du den Abend mit Ehrlichkeit und Authentizität angehst, könntest du eine unvergessliche und transformierende Erfahrung machen, die eure Bindung vertieft. Emotional verspricht diese Phase eine Bereicherung deines Liebeslebens, denn die kosmischen Energien richten sich so aus, dass sie dich zu bedeutungsvollen Verbindungen und romantischen Möglichkeiten führen. Ähnlich wie die subtile Anziehungskraft der Himmelskörper wird sich dein Herz zu Verbindungen hingezogen fühlen, die von Tiefe und Bedeutung geprägt sind. Egal, ob du eine bestehende Beziehung pflegst oder dich auf die Suche nach einer neuen Liebe begibst, die vorherrschenden himmlischen Einflüsse fördern emotionale Ausdehnung und Intimität. Lass dich auf spontane Interaktionen und herzliche Gespräche ein, denn dieser Austausch kann zu tiefgreifenden Erkenntnissen und einer stärkeren emotionalen Verbindung führen. Denke daran, deine Instinkte zu ehren und dich verletzlich zu zeigen, denn die kosmische Ausrichtung erhält einen harmonischen und erfüllenden Weg der Liebe. Heute tritt Mars in die Waage ein, was ein entscheidender Wendepunkt in Beziehungen sein könnte. In dieser Phase wird darüber nachgedacht, ob man eine Beziehung fortsetzen oder sich trennen will. Es ist wichtig, mit Bedacht vorzugehen und überalte Entscheidungen zu vermeiden. Mars in der Waage kann eine Phase der Unentschlossenheit und des Zauderns einleiten, was bedeutet, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind. Gehe unvoreingenommen an diese Phase heran und lasse dich von deinen Gefühlen und Überlegungen zu authentischen Entscheidungen leiten. Bedenke, dass Mars in der Waage ein Hin und Her mit sich bringt. Nimm dir also Zeit und widerstehe dem Drang, den Entscheidungsprozess zu überstürzen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Stäbe steht für Action, Abenteuer und eine kühne und leidenschaftliche Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Stäbe spüren kannst, die ein starkes Verlangen nach Aktion und einen Sinn für Abenteuer beinhaltet. Es bedeutet, dass du deine Ziele mit Begeisterung verfolgen und kühne Schritte in Richtung deiner Träume machen solltest. Der Ritter der Stäbe ermutigt dich, spontan zu sein und bei deinen Unternehmungen die Initiative zu ergreifen. Er erinnert dich daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und den Geist der Erkundung anzunehmen. Diese Karte lädt dich dazu ein, deinen Leidenschaften zu folgen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Zusammen mit dem Ritter der Stäbe haben wir die Hohe Priesterin. Diese Karte steht für Intuition, innere Weisheit und eine Verbindung zum Unterbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Intuition anzapfen und nach Antworten aus deinem Inneren suchen musst. Die Hohe Priesterin lädt dich ein, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Instinkten zu vertrauen. Sie erinnert dich daran, auf deine Träume und Gefühle zu achten, denn sie können wertvolle Erkenntnisse enthalten. Diese Karte steht für eine Zeit des spirituellen Wachstums und das Potenzial für tiefes Verständnis. Der Ritter der Stäbe und die Hohe Priesterin bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Stäbe betont Action und Abenteuer, während die Hohe Priesterin die Bedeutung von Intuition und innerer Weisheit hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du dich mutig für deine Ziele einsetzt und deinen Leidenschaften folgst. Sei spontan und vertraue auf deine Fähigkeiten, während du neue Erfahrungen und Möglichkeiten ergreifst. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Hohe Priesterin, indem du deine Intuition und innere Weisheit anzapst. Vertraue auf deine Instinkte und suche nach Antworten aus deinem Inneren. Achte auf deine Träume und Gefühle, denn sie können dir wertvolle Einsichten vermitteln. Diese Lesung steht für einen Tag der Aktion, der Intuition und des spirituellen Wachstums. Mach dir die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du mutige Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Nutze die transformativen Qualitäten der Hohe Priesterin, wenn du auf deine innere Stimme hörst und nach einem tieferen Verständnis suchst. Denke daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, wenn du durch den Tag gehst. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Stäbe und der Hohe Priesterin kombinierst, kannst du den Tag mit Enthusiasmus, Intuition und dem Potenzial für sinnvolles Wachstum und Erkundung angehen.